Also zuerst, die KMU Suisse macht einen Hammerjob, vor allem mit den Events, die sie machen, nicht nur Golf, sondern auch die zwei Symposiums sind immer sehr gut besucht und sehr sehr interessant mit Top Speakers. Und das gefällt mir, dass sich die KMUs aus der Schweiz zusammenschliessen und netzwerken und zusammen auch mal schöne Ziffer bringen. Beim Golf zum Beispiel. Natürlich macht man sich immer Sorgen, vor allem wenn man Sponsor ist und dafür noch Geld ausgibt. Und es war trotzdem cool, wir hatten trotz des schlechten Wetters eine gute Stimmung im Flight und auch da jetzt beim Essen nachher, da der Oberalp, Golfclub Oberalp, wo ich ja Mitglied bin, habe ich jetzt auch gutes Essen nachher und es hat auch das Denken, es hat allen trotz allem sehr gut gefallen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.